Seid gegrüßt zu Dungeon Nummer 11 hier in Havesa. Und zwar befindet sich dieses hier unten. Und zwar das alte Reservoir. Und das Ganze ist für den Barbar. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein in das Dungeon. Ja, mal gucken, was uns hier drin erwartet. Okay. So, ich habe mich ein klein wenig umgeskillt. Aber auch wirklich nur ein klein wenig. Und zwar spiele ich jetzt mit den Schraubklingen nebenbei. Weil die halt nebenbei noch ordentlich Damage fahren. Irgendwie gibt es da wohl das ein oder andere Problem mit. Und ich weiß noch nicht warum. Oder einfach meine Maus spinnt. Das kann natürlich auch möglich sein. Ja, aber wenn sie dann mal treffen, dann wird hier eigentlich so gut wie alles niedergemäht. Ja, die eigentliche Skillung, die ich will oder die ich möchte, geht aktuell leider nicht. Nee, das brauche ich hier. Mit den drei Energie. Okay, aber es hat auch schon seinen Vorteil wieder. Äh, nee. Das brauche ich definitiv wegen der Giftfusion. Also mindestens jetzt hier. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ey, 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 ey. Mein, kein Kien hier. Was willst du hier? Komm, mach einen Schub. Okay. Gut. Ja, ist an und für sich nicht schlecht. Ich. Ach so, ja. Das ist das Problem bei mir halt. Weil öfters mal die Energie fehlt. Daher, das ist das Problem, was ich hier aktuell tatsächlich habe. Oh, ein Gegner bleibt übrig. Mhm. Okay. Das war der Gegner, der übrig blieb. Äh. Oh. Eui, 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 eui. Na, toll. Ja, komm. Na. Ah. Okay. Ist zwar jetzt blau, oder doch. Ist es das, was ich was ich brauche? Hm. Mal gucken. Ei, 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 ei. Ich brauche mehr zu machen. Hm. Ich bin noch nicht bereit. Weg mit euch. So. Jojo, Hilfe. Ich weiß. Also an und für sich haut das eigentlich gut rein. Ich muss nur irgendetwas hier mit der Koordination machen. Okay. Weil ab und an rockt hier die 1 nicht. Dich lasse ich liegen. Ach komm. Ich nehme euch mit. Was soll der Guide? So, der Leer. Das ist schon nice. Ja. Aber irgendwie ich weiß nicht warum Ja, vergiss es. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Na. Okay. Ich habe es trotzdem versucht und es ist glatt gegangen. Okay. Entweder geht es jetzt da lang oder ja, hier ging es dann gut. Einige spielen ja das Bild mit Schattenklone. Aber ich habe lieber ein bisschen mehr Schutz als als hier dann Schattenklone dabei zu haben muss ich ganz ehrlich gestehen. Achso, das geht ja nur, wenn Gegner in der Nähe sind. Na gut. Ne, da muss ich tatsächlich noch mal was glaube ich fast hin. Oh oh. Oh oh oh. Ah. Na. Was that denn? So, da war er. Okay. Eigentlich... Ah, jetzt ist das Dungeon abgeschlossen. Jo. Dann würde ich sagen, das war Dungeon Nummero zwölf. Äh, elf. Entschuldigung, elf war's. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr euch auch das Video zu Dungeon Nummer zwölf hier in Havesa angucken würdet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Resttag. Gehabt euch wohl. Euer Albtraumwolf Wulf Mingan.